Werbung 3 Entschuldigung, Liebling, ich hatte eine Panne. Lügner, laut ABC-Pannenstatistik fährt ein Hondi eine Million Kilometer pannenfrei. Hondi eine Million Kilometer pannenfrei, jetzt bei ihrem Autohändler. Jetzt kommt die Werbung 3, einer der besten Werbungen. Albträume, Schlafstörungen, Gespenster, bald nun Schlaf eintropfen, wirken so gut wie Hopfen. Bald nun Schlaf eintropfen, jetzt in jedem gut geführten Reformhaus. Werbung 3 Hier wurde was geklaut, ob man nicht nochmal schaut? Das Portemonnaie ist verschwunden, haben nicht mal einen Cent gefunden. Zum Besser bringt das Geld zur Bank, da ist es wie im Panzerschrank. Auf der Bank liegen und Zinsen kriegen. Werbung 3 Was ist die beste Werbung? Pralinen-Sugar Köstlich Zergeht auf der Zunge Schmilzt im Magen Verbreitet ein Wohlgefühl Sehr gesund, ohne Zucker Auf Wunsch eine Tüte Zucker dazu gratis zu mischen. Werbung 3 Werbung 3 Das ist die beste Werbung Neu Nein Mit Wohlperl gewaschen Neu Nein Mit Wohlperl gewaschen Mit Wohlperl gewaschen Nein Mit Wohlperl gewaschen Nein Jetzt kommt Werbung 3 Nicht mal ein Stuhl So etwas kann auch Ihnen in Ihrem Urlaub passieren Spinnenfuß So etwas kann auch Ihnen in Ihrem Urlaub passieren Nicht mal ein ordentliches Bett So etwas kann auch Ihnen in Ihrem Urlaub passieren Aber nicht bei uns Buchen Sie Ihren Urlaub zu Hause Für Ihren Urlaub machen wir uns stark Und räumen für 14 Tage Ihre Wohnung um Sie werden staunen Natürlich alles äußerst preiswert Und natürlich mit der Möbelspension Ruck Zuck Rufen Sie uns an zum Nulltarif unter 0177 und 7 mal die 7 Halli Nacht Halli Nacht Hi Alex Jetzt kommt Werbung 3 Blonde Frauen sind so wunderschön Drum will jeder Blondmax sehen Blondmax für 139,99 Euro In den 50 Milliliter Packungen Ich spare dieses Geld Ich bin natürlich blond Sie sind blondino und wollen nicht sparen Denn dann kaufen Sie Braunmax, Schwarzmax oder Rotmax Und wenn Sie zu jung aussehen Silbermax Sollte Ihnen das noch nicht reichen Greifen Sie zu Klackzmax Maximal färben mit Maxfarben In gut geführten Druckerien und Supermärkten Hallo und herzlich willkommen zu Werbung 3 Wenn Sie mal so richtig ausgelaugt sind Machen Sie Urlaub auf dem Bauernhof Steiger hoch, Misthaugen und Stechmücken sind Ihre Begleiter Nachts haben Sie ein unheimlich schönes Grillkonzert am Fenster Frische Kuhmilch und Ziegenkäse gibt's zum Frühstück Deshalb Urlaub auf dem Bauernhof Jetzt preisgünstig ab 99 Euro pro Tag und Übernachtung Hi Gisela Hi Alex Hi Lina Hi Lina Jetzt kommt's gemeinsam mit der besten Werbung der Welt Und das ist Werbung 3 Poh, der Duft der Frauen provoziert Hallo, willkommen bei Werbung 3 und tschüssi Spielkern, Spielkern an der Wand Wer ist die Schönste im ganzen Land Ihr, Frau Königin, seid die Schönste ihr Aber Schneewitschen hinter den sieben Bergen Bei den sieben Zwergen ist tausendmal schöner als ihr Der Drache, der soll schön sein Finden der kleine Drache jetzt in jeder gut geführten Buchhandlung Yes, Sir Kommt Werbung 3 Werbung 3, die schlichteste Werbung der Welt Wer ist die Schleischen? Geht mal weg Jetzt tschüssi Mach's Schalt Y Schaltet den Schmerz ab Schnell Die sind zu riesig und nehmen Speisen die Packungsballer und schlagen sie auf Orbs- oder Apotheken Ja, das sind sie, die neuen Stritzis, vorgestern noch im Forschungslabor und gestern von kompetenten Fachleuten getestet und für gut empfunden und heute auf dem Ladentisch. Das Neue in unseren Windeln ist ja aber eine Auslauföffnung und sollte ihr Baby Wasser lassen, brauchen sie die Windeln nicht sofort zu wechseln. Und es gibt noch einen Grund, unsere Windeln zu kaufen. Das Baba-Wasser läuft weg, bevor Geruch entsteht und wirkt kühlen bei den Wunden an den Beinen ihres Babys. Auch bei Hitze verfehlt ist eine erfrischende Wirkung nicht. Darum Stritzis kaufen. Sie werden fragen, was ist mit dem braunen Geschäft. Dafür bieten wir ihnen Stritzis-Überzieher. Hält alles auf, außer... Scheiße, jetzt ist mir der Zettel auf der Hand gefallen. Darum Stritzis kaufen. Und zwei, zwei, eins. Jetzt machen wir das. Jetzt sind wir Tobi. Klärpunkt drei. Und jetzt sind wir uns. Klingt mit Klärpunkt drei. Möbel Müller präsentiert ihnen eine Weltneuheit. Seine Möbelkollektion aus Schaumstoffpolysterol. Die Möbel quietschen zwar ein bisschen, doch das Ganze hat drei Vorteile. Erstens, weder Sie noch Ihr Kind können sich bei kleinen Stößen an dem Möbelstück verletzen. Zweitens, kleine Schäden können leicht mit Uru-Alles-Kleber oder unseren Ersatzteilen sauber behoben werden. Und drittens, Ihre Möbel halten viel länger als herkömmliche Möbel. Besuchen Sie uns doch einmal in unserem Möbelzentrum. Wir erwarten Sie. Die Haltbarkeit ist ja wirklich überraschend. Werbung zwei. Zwei, eins. Sind Sie unzufrieden mit Ihrem Aussehen? Sommersprossen. Anti-Sommersprossen-Creme. Sprossiex. Auftragen und einlocken lassen. Entfernt 90 Prozent aller Sommersprossen. Sorgt für ein angenehmes Aussehen. Anti-Sommersprossen-Creme. Sprossiex. Jetzt in Ihrer Druckerrie. Das war Werbung drei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017